Morgen beginnt in Berlin-Kreuzberg der 22. Karneval der Kulturen. Mit dabei die Band und ich mag dich. Gern auf der großen Bühne, noch lieber an der nächsten Straßenecke. Was geben euch dann diese Konzerte, diese kleinen? Auf der Bühne ist alles sehr durchgeplant. Man hat eine feste Setlist, weil man natürlich auch die Zeit genau einhalten muss und so weiter. Und auf der Straße ist es das nicht. Man kann sich auf die Stimmung nicht vorbereiten, auf das Umfeld nicht vorbereiten. Und das ist total spannend. Straßensets, das kann auch bis nachts um zwei gehen. Wissen wir nicht. Aber Bühne ist klar, eine Stunde und dann sind wir wieder zu Hause. Seit vier Jahren gibt es die Band. In voller Besetzung springen die Berliner zu fünft über die Bühne. Geschenk. Das ist unser Bandname auf schwedischer Sprache. Wie spreche ich es aus? Das musst du einen Schweden fragen. Und ich mag dich. Morgen um 19 Uhr live beim Straßenfest des Karnevals der Kulturen. Ein Bierchen mit dir in einer polnischen Kneipe. Das brauche ich, um glücklich zu sein. Ein perfektes Gespräch über Nähe und Weite. Nur du und ich allein. Fehlt nur noch ein ganz besonderes... Also, ich bin ein ganz besonderes... ...